Die Asiaten kochen auch nur mit Wasser, aber es schmeckt meistens anders, auch an der Börse. Davon ist Rainer Fritsche überzeugt von Ovid Partner, der mich zum Mittagessen eingeladen hat, zum Asiaten fürstlich aufgetischt hat mit den Vorspeisen. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Habe ich gern Ja gesagt. Was macht asiatisches Essen für Sie so besonders, Herr Fritsche? Dasselbe, was ein Investment in der asiatisch-pazifischen Region so besonders macht, ist die Vielfalt. Es ist die Vielfalt der Gewürze, es ist die Vielfalt der Speisen, es ist die Vielfalt der Art der Zubereitung und dann aber teilweise auch die Simplizität, wenn Sie sich überlegen, was Sie aus einer Kokosnuss alles heraus für eine Speise verwenden können. Das macht es so interessant und natürlich auch dann noch die Leichtigkeit der Speisen in tropischen Temperaturen. Dann fangen wir doch einfach mal mit der Leichtigkeit an. Saté-Spieße haben wir da, wir haben eine Sauerscharf-Suppe da und was auch immer das ist, es sieht gut aus. Und es riecht vor allen Dingen lecker. Ich freue mich auf die Tiefen des Interviews. Da kommt ja unglaublich viel zusammen, Herr Fritsche. Also die Vorteile, die Vielfalt, lässt sich das alles auch auf den Anlagehorizont für Ihren Fonds übertragen? Ich glaube schon. Wir investieren in asiatisch-pazifische Infrastruktur-Aktienunternehmen. Und jeder Investor, der in diesen Bereich hineingeht, sollte, um Vermögenswachstum zu erreichen, sich durchaus auf einen Zeitraum von vier bis fünf Jahren einlassen. Weil zwar nachweislich Infrastruktur-Aktien eine geringere Schwankungsbreite, sprich Volatilität, ausgesetzt sind als der klassische durchschnittsweltweite Aktienmarkt. Aber trotzdem natürlich auch hier gewisse Schwankungen zu erwarten sind und zu verkraften. Herr Fritsche, Sie decken dabei die komplette Wertschöpfungskette ab. Beispielsweise wie hier auf dem Tösch, vom Rohkostsalat bis hin zur Suppe. Wo fängt diese Wertschöpfungskette an? Wo hört sie auf? Sie meinen im Bereich der Infrastruktur. Selbstverständlich. Natürlich. Für uns ist die Definition Infrastruktur wesentlich weiter gefasst als für viele andere freundliche Mitbewerber. Denn für uns beginnt Infrastruktur bei den Rohstoffen, die die Basisbestandteile sind, wie Eisenerz, um beispielsweise ein Funkmast oder wie Zement, um beispielsweise ein Fundament für eine Onshore- oder Offshore-Windkraftanlage herzustellen. Also haben Sie schon zwei Bereiche, in denen wir aktiv werden können. Und dann kommt der dritte in der Wertschöpfungskette dazu. Das sind die eigentlichen Betreiber. Also das sind die Telekommunikationsunternehmen, das sind die Elektrizitätswerke etc. Und kein Glied in dieser Wertschöpfungskette kann ohne das andere eigentlich sein. Und uns ermöglicht das, eine sehr, sehr schöne, breite Diversifizierung im Portfolio zu haben. Und man kann das an dem ersten Quartal dieses Jahres, also 2022, schön beobachten, dass unsere australischen Rohstoffwerte durchaus besser gelaufen sind, als der Durchschnitt der globalen Aktienmärkte im Abschwung. Und die Wertschöpfungskette verfolgen wir weiter. Ich höre schon, dass in der Küche gebrutzelt wird förmlich und es riecht schon sehr lecker. Ich denke, wir sollten den Tisch freimachen von den Vorspeisen hin zu den Hauptgerichten. Einverstanden? Perfekt. Herr Fritsche, Sie setzen dabei auf aktives Management. Oh, apropos aktiv. Vielen Dank. Es gibt Reis. Sensationell. Aktives Management mit Unternehmen nicht aus der ersten, sondern aus der zweiten Reihe. Aber die finden Sie doch sicherlich nicht hier beim Essen, beim Asiaten in Berlin. Nein, aber natürlich gibt der Asiat in Berlin mir durchaus ein paar gute Ideen. Wichtig für uns ist natürlich, in Unternehmen aus der zweiten Reihe zu investieren, die Wachstum bieten. Weil Wachstum heißt Gewinne und Gewinne können wir realisieren und von diesen Gewinnen können wir auch wiederum in andere Unternehmen investieren. Und das zeichnet das aktive Management auch aus. Wir sind nicht fest an einen Index gebunden. Eine ganz wichtige Sache für uns. Wir verfügen, der Portfolio Manager verfügt über ein sehr gutes Netzwerk an Research-Unternehmen und Asset-Managern im asiatisch-pazifischen Raum. Und aus deren Reihen heraus kommen weit mehr als 600 Ideen, in die wir eigentlich investieren können. Und die Allokation, sowohl die sektorale als auch die geografische Allokation, erfolgt dann mit einer Makrosichtweise aus Frankfurt. Und wir verstehen uns als ein Blend-Investor. Das heißt, wir unterscheiden nicht in Growth und in Value und haben dem Management als Vorgabe gegeben, wir wollen aus dieser Infrastruktur, aus diesen Infrastrukturwerten heraus, ein Vermögenswachstum über vier bis fünf Jahre von circa 5% plus x erwirtschaften. Und ganz wichtig als zweite Komponente ist es uns, Kapitalstabilität, sprich Kapitalerhalt vor allen Dingen auch unseren Investoren zu bieten. Wenn ich gewusst hätte, dass die Antwort so lang ausfällt, hätte ich die Frage gar nicht gestellt. Herr Fritsch, das Essen wird kalt. Lassen Sie uns loslegen. Einfach starten. Ein Perspektivwechsel tut hin und wieder gut und von daher sind wir vom Mittagstisch aufgestanden, weil wir die ganze Zeit diesen Globus gesehen haben, der hier als Dekoration im Lokal stand. Herr Fritsche, können Sie uns mal ein, zwei spannende Beispiele für attraktive Unternehmen benennen? Das fällt mir sehr leichter, Herr Franeck. Als erstes fällt mir in Indien die Reliance ein, eines unserer größten Werte im Portfolio. Ein Familienunternehmen, Börsen notiert, welches groß geworden ist, vor allen Dingen im Telekommunikationsbereich und sich jetzt mit der Entwicklung, mit dem Bau und dann auch dem Betrieb von sogenannten Smart Cities, die vollkommen digitalisiert sind, beschäftigt. Ein zweiter Wert, der mir durch den Kopf geht, den wir im Portfolio haben, ist die Nari-Technology, ein chinesischer Wert, ein A-Share, die sich im Bereich Automatisierungslösungen aufhalten. Und in China ist die Verknüpfung zwischen 5G, künstlicher Intelligenz und derartigen automatisierten Produktionsprozessen sehr, sehr weit fortgeschritten. Und der dritte Wert, da müssen wir uns dann schon fast ein bisschen runterbeugen. Da sieht man mal, wie groß auch dieser gesamte Bereich ist. Das ist Australien. Die SAUS 32 im Bergbauunternehmen, die massiv von der Greenflation profitieren werden. Und warum Infrastruktur die Voraussetzung auch für das Erreichen der UN-SDG-Ziele ist, ist relativ einfach. Sie kommen ohne Zement beispielsweise nicht zu Staudämmen, nicht zu erneuerbarer Energieproduktion. Wie vorhin schon erwähnt, die Fundamente von Windkrafträdern sind nun einmal aus Zement zu erstellen. Und sie werden immer in der Zementherstellung auch einen gewissen Ausstoß an CO2 haben. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Dann fehlt nur noch das Sahnehäubchen, sprich das Dessert, würde ich sagen. Und mal gucken, wie das ausfällt. Gute Idee. Also ein Sahnehäubchen ist es nicht geworden, Herr Fritscher, aber trotzdem eine zuckersüße Versuchung. Wir werden es gleich probieren. Vorher noch die Frage zur Seidenstraße, zur neuen Seidenstraße. Sie haben uns China schon gezeigt auf dem Globus. China spielt natürlich eine entscheidende Rolle mit Blick auf die Silk Road, One Belt, One Road, wie es so schön heißt. Wie findet sich das im Fonds wieder und vor allen Dingen, welche Bedeutung hat die überhaupt? Der Fonds, das Portfolio ist investiert in vier Bereiche. Dazu gehört die neue Seidenstraße. Ja, gibt zurzeit keinen Wert daraus, weil es sehr schwer ist, ausreichend Unternehmen zu finden, die liquide sind und vor allen Dingen, deren Bilanz sie trauen können, muss man ganz ehrlich sagen. Der zweite Bereich sind die sogenannten Tigerstaaten, wie Malaysia, Thailand, Singapur, Philippinen und Indonesien. Der dritte Bereich, ein wichtiger Bereich, sind chinesische A-Shares, also die nationalen Märkte, Unternehmen aus der zweiten Reihe dort. Und der vierte Bereich sind die entwickelten Industriestaaten wie Japan, Südkorea, aber natürlich auch Australien und Neuseeland, die dem Portfolio diese sehr schöne, ausgeglichene Balance denn geben. Wenn man sich das in Zahlen mal anguckt, dann machten die chinesischen A-Shares ungefähr 25 Prozent aus. Danach kommt aber schon Australien mit 16 Prozent und mit 15 Prozent Japan. Daran erkennt man so ein bisschen auch die Balance. Und wenn man sich das Ganze dann wiederum noch sektoral anguckt, dann macht die Kommunikation rund 13 Prozent heute aus, die Versorger ungefähr 15 Prozent. Aber wir investieren auch in Logistik, wir investieren auch in Gesundheitsunternehmen, wir investieren auch in Immobilienunternehmen, also die ganze Palette. Und wir kaufen die Aktien in Regionalwährungen. Das heißt, der Investor bekommt auch einen Zugriff auf die indische Rupie, auf den thailändischen Baat oder den australischen Dollar. Und wir sichern diese Position auch nicht ab. Wir gehen wirklich voll auf Wachstum. Und damit haben Sie ein Basis-Investment für jegliche andere Art von Investment in der asiatischen, pazifischen Region. Weil jeder wird uns zustimmen, dass kein Unternehmen dort existieren kann, kein Unternehmen produzieren kann, ohne die entsprechende Infrastruktur als Basis zu haben. Und dann müssen wir nur noch abschließend die Frage klären, wo bekomme ich noch mehr Informationen für all diejenigen, die sagen, das hat mir immer noch nicht gereicht. Nun, die Ovid hat sich Transparenz auf die Fahnen geschrieben. Das Beste und Einfachste ist, in der Zeit des Internets sich auf www.ovid-partner.de mal zu begeben. Wir veröffentlichen dort zum einen tägliche Portfolio-Reports. Wir veröffentlichen quartalsweise Video-Interviews mit den Portfolio-Managern im Interview mit Ihnen, Herr Franek. Wir haben weitere Erklärvideos. Wir haben natürlich die rechtlichen Dokumente dort heraus und weitere News, die uns zufließen. Und wir sind vertreten über die sozialen Medien wie Facebook, LinkedIn und Instagram. Das war ein sensationelles Essen, Herr Fritsche. Herzlichen Dank für die Einladung. Was folgt, ist noch ein Verdauerli, wie man so schön sagte. Wie sagt man auf Thailandisch? Jindong. Wieder was gelernt. Aber ich habe gelernt, auch in Thailand sagt man Prost. Einverstanden. Prost. 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 Prost.